An den Burma oder Myanmar. Egal, wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagt, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter April-Tag. Missions-Update auf deinem Offset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst... Suche ich mir einen Atombunker und bete. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Das ist ein ganz toll Lähnbord. Ach ja, der Halbstarke. Okay, naja, wir kommen zurück zu Spinter Cell. Mit dem halbstarken Lähnbord und diesem Agent. Okay, was müssen wir hier tun? Moment. Ähm. Okay, hier haben wir keine Informationen. Steht unter einem großen roten Schild. Und irgendein komisches Parolenspruch. Treffen Sie sich mit dem Agenten. Lest auf dem Mikrofon Informationen beschaffen. Jeder Tote in der Botschaft führt zur Mission zu Ende. Ja, wirklich. Ist ja beeindruckend. Na schön. Infiltrieren wir die rhenesische Botschaft. Okay. Hm. Na dann. So. Okay. Ein großes rotes Schild. Hm. Okay, ja. Und wir brechen hier ein. Weil wir die Information erhalten haben, dass China mit Nikolazus zusammenarbeiten könnte. Und wir müssen jetzt Beweise suchen. Ob das stimmt oder nicht. Okay. Okay. Na gut, ich habe da schon mal zwei gesehen. Okay. Schauen, wir dürfen den nicht töten. Ist ja scheiße. Hm. Ringflächengeschoss. Aber ich habe noch gar nicht an, was es ist. Bleibt der da? Nee. Der bleibt nicht da, oder? Irgendwann bewegt er sich doch wieder. Na gut, die Lichter ausknipsen können wir trotzdem immer noch. Ich glaube, das sollten wir tun, aber dann andererseits. Ich glaube, das ist zu nah dran. Da hört er dann und denkt, er wird beschossen. Obwohl das nicht stimmt. Dieser scheiß Lügner. Okay, mal schauen. Speichern. Ich glaube, der bewegt sich nicht mehr. Oder bleibt er erst mal zehn Minuten stehen, bevor er sich wieder bewegt. So. Okay. Da ist auch noch Licht. Okay. Ach. Interessant. Und ich glaube, das war gut. Haha. Okay, das war cool. Und ein Nestik. Ah ja, das wieder. So, Anmerkung der Sperrstunde. Männer, wir haben eine Feinbarung mit der örtlichen Polizei getroffen und sie wird euch auf eurer nächtlichen Patroule nicht weiter belästigen. Wir behalten jedoch unsere enge Arbeitsbeziehungen mit der Polizei von Myanmar bei und es wird erwartet, dass ihr euch außer um unsere eigenen Sicherheitsbedürfnisse ebenfalls um die Einhaltung der städtischen Sperrstunde kümmert. Dieser hat keinen Anfluss auf die Wichtigkeit eures Wachdienstes oder auf den Ernst unserer Absichten. Absolut niemand hat eine Ausrede, sich in der Aufweite der Botschaft aufzuhalten und es gilt uneingeschränkt das Kriegsrecht. Oberst Jung. Jung. Interessant. Okay, Sperrstunde, ja gut. So, nur zu rechts, dann ist da kein nerviger Zivilist. Okay, wir haben da einen Typen. Da oben ist niemand. Okay, warte mal. Ja, verstehst du das nicht? Jetzt haben wir Renesen, mit denen wir Spaß haben können. Nice. Das wird schön. So, Moment, muss man speichern. Ich glaube, ich habe das nicht gespeichert. Dieser glorreiche Sieg über den neuen Soldaten. So, das muss gespeichert werden. Nicht, dass da noch so ein Scheiß passiert und wir laden müssen. So. Eine Wache wurde bewusstlos geschlagen. Ja, lass es mal. So, nichts da. Okay, wieso wir dürfen wieder nicht töten? Hier in der Gasse, das vermisst doch niemand. Niemand vermisst die. Na ja. Ja, typisch Lembert. Ich weiss auch nicht, was er will. Oder er will nur ein bisschen Chef spielen. Ja, das ist es wohl. Nur ein bisschen Chef spielen, wie dieser Typ. Damit er sich mal einmal in seinem Leben wichtig fühlen kann. Das ist ja toll. Okay. Hm. Wohin jetzt? Okay. Da vorne bringt das. Interessant. Hm. Okay. Aha, interessant. Okay, da müssen wir hoch. Gut. Da mal los. Hallo? Was sagt denn hier was? Hm. Da habe ich doch wen gesehen. Ich habe dich auch gesehen. Hm. Und der Zittert. Okay, interessant. Wo sind hier alle Lichtquellen? Kommt jetzt auch noch einer. Okay. Warte mal. Wo bist du hin? Ah, bist du. Hm. Mist. Okay, jetzt ist der andere auch da. Warum sieht er uns denn? Hier ist es doch dunkel. Hm. Wo sind diese Lichtquellen? Die will ich ausschalten. Hm. Ja, das wirst du. Verrückt. Oh. Ja gut, wir können uns auch vorbeischleichen. Wir müssen den nicht unbedingt ausschalten. Hm. Okay. Komm. Na, komm. Gut. Tralalala. Tralalala. Nee, was soll denn das? So, da vorne sollst du hin. Tralalala und Trollalo. Das ist ein Medikitchen. So, und hier ist es viel zu hell. Das gefällt mir nicht. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Nee, nee. Da war nix. Hm. Hm. So. Schön. Hm. Okay. Na, das sind zwei. Schade, ich wollte gerade runterspringen. Hm. Da wollte ich gerade runterspringen. Nein, nein, nein. Hm. Okay, der andere. Was ist denn der jetzt hinter da drüben? Ach, also was? Schaß doch auf die. Gehen wir einfach so weiter. Wir müssen nicht jeden ausschalten. Okay, da könnten wir wieder hoch. Tja, wenn er sich festhalten würde. Und wie jetzt am Teufel ist denn der gestorben? Autsch, Beine gebrochen. Oh, jetzt ist alles vorbei. Oder nee, den Fuss verstaucht. Oh, jetzt bin ich tot. Uäh. Hm. Okay, wir müssen abwarten. Und jetzt? Komm schon, halt dich da fest. Halt dich da fest, du Scheissagern. Moment. Ach, dieser Typ, ey. So, und na warte, wer hat auf mich geballert? Ich glaube, er sagt. Ich glaube, er sagt bei euch. Wo ist jetzt der andere hin? So, halt's Maul. Okay, was ist los? Hm. Naja, haben wir einmal ausgeschaltet, so. Ist das eine Tasche? Na, ist ja eine Mütze, okay. Oh, shit. Hm. Wieso gehst du jetzt da hin? Gut, hat er nicht gehört. Halt dich da fest, du Stück Dreck. Kannst du da nicht hoch. Wir sind farschen. Na, geht doch, du Scheissagent. Jetzt auf einmal. Gut gemacht, Junge. Du kannst hochklettern. Da bin ich aber stolz auf dich. Ach, okay. Okay. Oh, shit. Nee, 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 nee. Niemand hat hier was gesehen. Schnauze, das ist eine Lüge. Kann ich das ausschalten? Gut. Hm. Das ist eine schöne Musik. Ziemlich entspannend. Aber zum Teufel sind diese Lichtquellen hier. Das ist einfach nur... Ach, da. Okay, jetzt kann ich mich ausschalten. Hahaha. Okay. Na, komm her. Komm nur her. Hm. Okay, das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Oh, shit. Hm. Objekt. Was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Oh, Gott. Geht anders da drüben. Na, schön. Na, ja. Jetzt ist es mal dich ausschalten. Na, du Genese. Was geht? So, und tschüss. Gut. So. Schon besser. Okay. Ähm. Reda, bitte hoch. Jetzt hier hin. Dankeschön. Okay, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Äh, mal schauen, wann kommen die? Ich glaube, sobald sie anfängt zu ruckeln, sind die gespawnt. Oder jetzt sind sie schon da, okay. Jetzt kann ich hier ein bisschen abwarten. Bisschen abwarten. Wo gehen die hin? Okay. Und wo müssen wir hin? Das war die andere Frage. Tja. Na, momentan ist jetzt der Erkältungswohn da. Hm. Führt jetzt das Let's Play ab hier. Tja. Ja, der Winter kommt zu langsam. Oder zumindest ist von der Kälte her. Hm. Okay. Wo sollen wir hin? Okay, das ist noch einer. Hm. Wo sollen wir hin? Da in die Gasse rein. Hm. Mensch. So. Niemals gesehen. Gut. Hm. Okay. So. Hm. Das ist keine Gasse. Ja, na toll. Wo soll ich dann hin? Hier rein? Nö. Das ist keine Tür. Das ist nur Deko. Wo soll ich dann hin? Ähm. Ach, hier rein. Okay. Ignorieren wir die mal. So. So. Ui. Müssen ja, wie gesagt, nicht alle platt machen. Und vor allem mal nicht töten. Ist langweilig. Da schlage ich mich lieber durch. So, und das dauert auch weniger. Okay, vergiss das. Mach's wieder an. So. Okay. Hm. Ja, gut. Es besteht dann zwar die Gefahr, dass ich da ein paar S-Stick übersehen habe oder nicht mitgenommen habe. Aber egal. Scheiß drauf. Da ist Lampard selber schuld, wenn er die Informationen nicht bekommt. Und er ist auch schuld, dass wir das nicht erfahren. Aber wenn jemand ihn töten dürfen... Oh shit. Hm. Okay, was zum Teufel. Ja, hier ist es viel zu hell. Viel zu hell ist es hier. Ja, jetzt nicht mehr gut. Jetzt ist es dunkel. Hm. Was machen die denn da? Okay. Oh nice. Cool. Nehm ich gerne mit. Hm. Okay, kommst du mal weg da. Komm schon. Dankeschön. So. Okay, da war vorhin einer. Habt ihr gesehen? Was macht ihr denn hier? Hm. Da ist die nächste Lampe. Komm schon, du Scheißagent. Dankeschön. Wo sind die hin? Gehen wir lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay. Hm. Was? Was ist passiert? Was? Okay, da hat einer jetzt die kaputte Lampe gesehen. Ah, von da drüben. Was? Was ist los? Was? Was ist die Lampe? Oh, das ist aber nicht gut. Ähm. Okay, die machen jetzt Fortschritt. Mit der Ausrüstung und so interessant. Hm. Ich glaube, dieser Typ geht dann eh in die Gasse da hin, oder? Ich hoffe es. Ähm, nehme ich mal dich. So. Hm. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Haftkamera und Ablenkungssystem. Okay, interessant. Ich brauche Granate. Okay, cool. Können wir einmal Batman spielen? Okay, der kommt. Oh shit. Das geht aber ziemlich weit. Und jetzt ausgeschaltet. Okay. Hm. Ähm. Ja, ne, komm mal her. Oh. Shit, shit, shit. Schnell weg. Hm. Hat der mich gesehen? Okay, verdammt. Das ist noch jetzt ein bisschen übel mit dieser Lampe. Hm. Okay. Ne, 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 nicht weiter. Blöder Sack. Shit. Hm. Wo sind wir jetzt hin? Hm. Okay. Okay. Ich werde wohl langsam verhören. Ja, wirst du. So langsam wirst du verrückt. Okay, links ist er. Jetzt nicht hierhin umdrehen, nicht hierhin umdrehen. Gut. Bleib mal schön hier. Hm. Hm. Toll, jetzt kommt der andere, wirst du mich farschen. Hm. Okay, ich hätte wohl das Objekt nehmen sollen. So erwische ich den nicht. Okay, ich brauche da ein Objekt. Geht nicht anders. Ja, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Mit ihren Taschenlampen. Aber das kriegen wir schon hin. bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.